Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas Oberhofer. Ich bin Küchenchef im Epoca bei Tristan Brandt. Der ehemalige jüngste Zwei-Sterne-Kocher aus Deutschland hat mit mir im Dezember 2020 in dem wunderschönen Waldhaus Flims, dem Fünf-Sterne-Hotel in Flims, ein Restaurant eröffnet. Und wir verzaubern euch kulinarisch mit tollen Gerichten von den Mitarbeitern der Alpina Group BMW in der Schweiz und möchten euch zu Hause anregen, tolle Gerichte nachzukochen. Wir befinden uns draußen im Pavillon in der Natur und verbinden so regionale Produkte mit asiatischen Einflüssen und dem französischen Handwerk. Ich wünsche ganz viel Spaß. Seid gespannt, was auf euch zukommt. Ein wunderschöner guten Tag zusammen. Freut mich, dass ihr wieder da seid heute und zuschaut. Der Robert hilft mir heute auch wieder, mein Assistent, bei unserem nächsten Gericht. Und es hat geheißen, wir wollen mal ein Nudelgericht. Ein ganz einfaches Nudelgericht. Und ich habe mir gedacht, nicht jeder hat daheim eine Nudelmaschine. Wir probieren es aber trotzdem aus, weil heutzutage eine Nudelmaschine zu kaufen ist super, super günstig. Kriegt man schon eine Handnudelmaschine zum Durchdrehen für 30, 35 Franken. Und es lohnt sich wirklich, wenn man frische Nudeln machen kann, hat man wirklich ein ganz anderes Pasta-Gefühl. Und genau das machen wir heute. Frische Nudeln mit Pfifferlinge, das schön säuerlich abgeschmeckt ist. Und dann haben wir noch einen schönen Sommerdrüffel, der drüberkriebe ist. Und ein paar Garterkräuter, die wir in die Pfifferlinge reingeschnitten haben. Und das fangen wir auch schon an. Rann an das Werk. Rann an das Werk. Du musst jetzt erst mal Muskeln zeigen, wie die italienische Mama. Und musst mal den Nudelteig herstellen. Ist eigentlich ganz, ganz einfach. Du hast einmal hier Semula. Semula ist eigentlich so eine Grieß-Mehl-Mischung, die nehmen eigentlich die Italiener immer, um eine schöne Pasta zu machen. Und jetzt darfst du vier ganze Eier reinmachen. Und ich trenne dir schon mal die vier Eier nur mit Eigelb. Dankeschön. Machst einfach vier ganze Eier, genau. Und wenn sie ganz drin sind, kannst du schon mal anfangen zu kneten. Ja, Autoverkäufer können auch Eier zuschlagen. Das kannst du wirklich. Das kommt von der Frühstücks-Eier, kommt das richtig? Darf schon mal anfangen. So sieht's aus. Fang ruhig an, knete. Rann an das Werk. Du kriegst von mir jetzt die Eigelb. Richtig schön kneten. Wieso haben wir jetzt vier Eier ganz und nur zwei Eigelb nur? Es ist wichtig, dass der Nudelteig nicht zu nass wird. Der ist ja sehr, sehr trocken. Du musst immer wieder deine Hand sauber machen. Genau mit einer Hand, das ist ganz wichtig. Machst du sehr, sehr gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer wieder kneten. Und jetzt kommst du von mir an noch einen Schluck Olivenöl dazu rein. Und direkt ein bisschen Schweizer Bergkristallsalz. Das hört sich doch fantastisch an. Und du darfst jetzt erst mal richtig kneten wie ein Verrückter. Selbstverständlich müsst ihr zu Hause jetzt nicht den Nudelteig machen, wenn ihr keinen machen wollt. Da könnt ihr euch Takiatelle kaufen. Kocht sie ab und steigt dann erst in einen zweiten Schritt oder einen dritten Schritt dazu ein. Wo man dann wirklich die Pfifferlinge verarbeitet und da ein schönes Söschen draus kreiert. Wo man dann die Nudeln abkocht. Aber das ist wirklich ein Schritt und die Etappe, wo man sagt, okay, wenn jemand wirklich die Mühe hat, einen Nudelteig zu machen, macht es gern. Versucht es. Und es lohnt sich. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Was man sich dabei überlegen muss, ist einfach ganz wichtig. Er genädelt jetzt locker vier bis fünf Minuten. Dann ist das erst ein kompakter Teig. Und dann nimmt man es erst aus der Schüssel raus und knetet dann nochmal auf der Arbeitsfläche den Teig zu einem ganz kompakten Teig. Ich muss das Ganze so lange kneten, bis all die Krümel zu einem Klumpen geworden sind. Also brauchst du vier, fünf Minuten. Also ich hab noch ein bisschen. Halt noch ein bisschen. Und dann packen wir das Ganze in eine Frischhaltefolie ein. Und dann ruht das nochmal vier bis fünf Stunden Well. Das ganze Wasser muss aufgezogen werden. Und er braucht nochmal so eine Kühlschrankruhezeit. Und dann ist erst wirklich das Grieß, was im Nudelteig drin ist, ist dann wirklich perfekt zu einem Teig verarbeitet. Und erst dann kann man ausrollen. Wenn ihr keine Nudelmaschine habt, könnt ihr auch gerne mit dem Nudelholz probieren. Geht auch. Und dann könnt ihr den Teig, wenn ihr ihn ausgerollt habt, zusammenrollen wie eine Wurst. Und dann schneidet ihr wirklich kleine Stücke mit einem Messer runter. Dann habt ihr fertige Taketelle. Und dann braucht ihr auch keine Nudelmaschine. Oh, Achtung, ich hab gerade eine kleine Schale gesehen, guck mal. Das passiert natürlich, wenn man ein bisschen unvorsichtig ist. Geübtes Auge. Geübtes Auge, direkt gesehen. Passiert nichts. Haben wir direkt noch gesehen. Und du knetsch einfach mal weiter. So. Den Trüffel nehmen wir schon mit. Und die Pfifferlinge nehmen wir schon mit. Und ich hab da jetzt wunderschöne Pfifferlinge gefunden. Und einen Sommertrüffel. Also Sommertrüffel muss nicht immer sein. Kann man nehmen. Und er ist halt nicht so geschmacksintensiv wie der Winterdrüffel. Was meinst du, wie lagert man Trüffel am besten? Ich schätze mal kühl und trocken, oder? Richtig. Ich hab's in Piemont mal so gesehen. Viele sagen immer, man legt's in ein Glas, macht ein bisschen Reis drunter, tut den Trüffel einpacken in Folie oder in ein Papier einpacken und lässt es da drin. Aber es ist falsch. Weil Trüffel hat auch Wasser. Wenn man da Reis reinlegt dazu, dann zieht der Reis dem Trüffel das Wasser. Wirklich nur in Papier einlegen, in ein Schnappglas reinlegen. Und dann hält der Trüffel eine Woche ohne Probleme. Muss aber wirklich jeden zweiten Tag das Papier wechseln. Und dann hat man einen schönen Trüffel. Und wenn wir dann mit einer Microplane fein rüberhobeln, nachher über die Takiatelle, muss man die Schale nicht wegmachen, sondern wir lassen die Schale dran. Genau. Das Besondere zum Trüffel. Sommertrüffel fängt die Saison so Anfang Juni an, kann man sagen. Ende Juni geht's eigentlich meistens los und dann hat man eigentlich einen schönen Sommertrüffel. Man sieht's auch, wenn man ihn aufschneidet. Gucken wir jetzt einmal, machen wir einfach mal eine kurze Halbierung drauf. So, zack, und dann sieht man, der typische Wintertrüffel, der ist halt komplett dunkel. Der Perigardtrüffel, sehr, sehr dunkel, sehr marmoriert, wenn man es riecht, dann riecht man wirklich schön diese Trüffelnote. Und beim Sommertrüffel ist es halt wirklich sehr, sehr dezent. Es fasst wie eine Kartoffel, wie man bei uns in der Gastronomie sagt. Die Pfifferlinge haben wir frisch gekriegt heute. Und wie wir es im Gourmet-Restaurant machen, zeige ich euch jetzt mal. Und das macht man wirklich nur im Gourmet-Restaurant. Da fängt man wirklich an, hier richtig schön fein säuberlich vom Ober nach Unter mit einem Messer wegzuschälen. Das kann man natürlich zu Hause auch machen. Aber die Frage ist, möchten wir das wirklich zu Hause machen? Schneidet dann unten weg. Dann tut man nochmal angucken, ob sie oben wirklich noch gut sind. Schneidet oben ein bisschen noch was weg. Nimmt ein kleines Pinselchen und tut mit dem Pinselchen noch der letzte Staub weg. Dann hat man geputzter Pfifferling. Und dann sind die schon bereit zum ansortieren. Ansortieren heißt ein bisschen Anbraten, Butter und Fett. Das war's. So, ich komme zu dir rüber. Ich gucke mir das mal an. Das sieht gut aus. Aber du musst ein bisschen kompakter warfen. Und das in eine gute Masse bringen. Der Robert, der knetet jetzt gleich nochmal fünf Minuten weiter. Packt das Ganze dann in Frischhaltefolie ein. Gibt es in den Kühlschrank. Wir machen es in der Zeit sauber. Bauen es alles auf für die Nudelmaschine. Und dann lassen wir die Nudel einmal durch. Perfekt, so machen wir das. Genau. Super. Da sieht man jetzt, wo man ihn eingepackt hat, haben wir den wirklich nochmal flach gedrückt. Und haben wir den wirklich in Frischhaltefolie fest eingepackt. Machen wir es jetzt auf. Und dann sieht man durch das Eigelb, wenn du die Frage ja gerade gestellt hast, das Eigelb ist in dem Sinn so wichtig, dass wenig Feuchtigkeit drin ist und dass der Teig trocken ist. Auch ein bisschen gelb wird und es sieht halt, da sieht die Nudeln auch schön aus. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Seemolar haben wir noch, gehen wir auf die Seite, presse das Ganze so ein bisschen vor mit dem Handballer, da muss richtig wie eine geschmeidige italienische Mama richtig schön drauf. So. Und dann tun wir da so ein bisschen Seemolar drauf, dass es gar nicht anfangen zu kleben. So. Und jetzt fangen wir auch schon an zu kürbeln. Wir fangen jetzt auf der größten Stufe an. Du darfst kürbeln. Ich hebe. Ja. Da muss ich vorsichtig sein. Hebe das Ding fest. Genau. Ja, kräftig. Super. Perfekt. Jetzt kommt es raus. Jetzt werden wir weiter. Kleinere Stufe. Und weiter geht's. Opa. Ja. Und gemacht. Festhebel. Genau. Ich fange es unten wieder auf. Und jetzt geht es weiter. Machen wir auch Stufe 7 direkt schon. Machen wir ein bisschen dünner. Weiter geht's. Und jetzt wollen wir mal. Jetzt rollen wir den Teig auf. Genau. Vorsicht mit den Fingern. Gehen wir gleich weiter. Stufe 5. Weiter geht's. Zack, zack. Wenn ich Nudelteig durchlasse, nehme ich ab und zu die elektrische Maschine. Und dann geht es wirklich mit einem Handüberschlag, zack, bumm, rein, raus. Drei? Ja, genau. Ah, ein bisschen zu viel. Vier. Und der Teig wird natürlich immer länger. Man sieht es ja. Und jetzt gehen wir auf drei. Zwei. Ah, machen wir auf zwei. Rein damit. Dann gönnt sich ja sonst nichts. Genau. Und man sieht, es ist so unglaublich toller Nudelteig, das Rezept. Da braucht man fast kein Mehl zum Ausrollen. Das klebt gar nichts. Das ist unglaublich. So. Jetzt gehen wir weiter auf eins. Und dann haben wir auch schon fertige Spaghetti. So. Weiter, weiter, weiter. Genau. So. Das mache ich am Ende immer so. Zack. Madonna mia. Ah. Ich spreche kein Italienisch. So rein, zack. Durchdrehen, fertig und raus damit. So. Und schon fertig haben wir es. Und jetzt brauchst du einen kleinen Umsatz, weil jetzt müssen wir den anderen durchlassen. Aha. Und jetzt geht es auch gleich wieder von vorne los. Jetzt kommen nämlich die Nudeln raus. Und das schneide ich jetzt vorne ab, weil das stört mich so ein bisschen. Dann nehme ich jetzt aber nicht von meinem guten Messer das scharfe Messer, sondern den Handrücken vom Messer. Und dann zupfe ich es leicht ab. Sonst mache ich das Messer kaputt. Ganz wichtig. Schmeißen wir nicht weg. Heben wir aber auf. Und jetzt fangen wir auch schon an, die Nudeln durchzulassen. Und je nach Länge kann man selber entscheiden, wie groß muss man oder wie lang muss man will. Also darf ich anfangen. Ich lege es rein. Okay. Ready? Ready, go. Warte, warte. Nicht zu schnell. Ja. Ja, wieder. Vor, vor. Genau. Drehe durch. Drehe, 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 drehe. Und da sieht man, wie unerschön die Nudeln rauskommen. Ich sage dann Stopp. Wetter, weiter Stopp. Jetzt legen wir das einmal so hin. Und jetzt kann man einfach die Nudeln abziehen. Und hat fertige Spaghetti. So. Bisschen Sämonar drauf, dass er nicht Kleber bleibt. Dann muss ich in so eine Schüssel rein. Fertigmacher. Jetzt könnte man die Nudeln entweder in eine Gefriere machen. Können sie aufbewahren und könnte einen großen Schwung vormachen. Oder man trocknet sie, hängt sie auf für ein, zwei Tage. Und hat man dann auch Nudeln vorgemacht, selbstgemachte Nudeln. Wie früher bei den Großmattern. Wie früher. Hängen an der Wäscheleine. Da darfst du den Rest auch noch durchlassen. Genau. Es quietscht noch, weil das Gerät so alt ist. Genauso erleben wir das. Bisschen drauf wieder. Jetzt haben wir unsere Portionen Nudeln fertig. Jetzt stellen wir nachher gleich unser Nudelwasser auf. Schneidet noch die Schalotte in kleine Würfel. Schneidet unsere Petersilie in kleine Würfel. Und richtet uns die Butter her. Und einen Schuss Weißwein, ein bisschen Zitrone. Und dann einen Bohrner-Papita. Und dann machen wir schon das Finishing. Und dann geht es weiter. Niklas, jetzt haben wir lange gekocht. Und jetzt wird es Zeit, dass wir das Ganze auch mal anrichten. Super. Und jetzt geht es auch schon los. Du darfst jetzt einmal die Spaghetti ins Salzwasser geben. Sehr gerne. Das Wasser kocht schon fast. Da warten wir noch, dass es richtig Gas gibt. Und sobald es richtig sprudelt, gibst sie rein. Sehr gerne. Und dann kochst du die al dente. Das Besondere daran ist, bei so Spaghetti, die frisch gemacht sind, die brauchen jetzt allerhöchstens drei bis vier Minuten. Und dann musst du aufpassen. Dann machst du eine kleine al dente Probe. Das heißt, wenn sie nur ein bisschen knack haben, wird, nimmst du dann das Sieb, tue man sie dann direkt mit dem Nudelwasser rein und schwenke sie einmal richtig schön schlotzig durch. Und ich mache beiläufig hier in meiner Pfanne leckere Pfifferlinge. Und das ist auch ganz einfach, weil wir dazu brauchen nicht mehr wie einmal Butter, die man dazugehört, richtig viel Butter. Butter ist Geschmacksträger. Dann brauchen wir noch ein Zitrönchen. Das heißt, den al dente Test, so wie man es in der Werbung gesehen hat, gegen die Kühlschranktür werfen, wenn es kleben bleibt, sind sie al dente. Den soll ich nicht machen. Das kannst du auch testen. Wenn du willst, dann können wir das gerne testen. Am Samsung Kühlschrank machen wir. Ist auch nicht schlecht. So, was meinst du Wasser? Ja, du darfst jetzt schon langsam rein gelben. Das passt. Ich warte jetzt hier auf meine Pfanne. Das geht gleich ab. Genau. Ruhig alles dazu rein. Super. Et voilà. Et voilà. So, jetzt braten wir das alles schön an. Ich warte, bis meine Butter warm wird. Schauen wir auf die Uhr. Eine Minute. Genau. Perfekt. Ganz wichtig, wieder schräg auf. Das ist schon so ein Haushaltstrick. Guck mal. Ich schneide jetzt die Drohnen immer schräg auf, weil das kann ich sie immer von unten nach oben presse, und kann sie immer rein tüpfeln, wie es sie braucht. Ist eigentlich echt schlau. Guter den. Hab ich noch nie gesehen. So, jetzt geben wir das hier dazu. Erst die Pfifferlinge, ganz wichtig. Das, was man braucht hat. Und die braten wir jetzt richtig schön an. Genau. So, Nudeln kochen. Noch zwei Minuten. Und dann kommt der Test. Hast du schon die Zelt gestoppt? So mach ich's. Das braten jetzt auch ganz langsam an, einfach frisch. Nicht zu lang. Richtig mit Butter nur anbraten, und dann wird das richtig lecker. Ich tu jetzt auch schon Salz dazu. Okay. Unser Bergkristallsalz wieder. Ganz, 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 ganz wenig Pfeffer. Einmal rälber. Jetzt mach ich auch schon ein bisschen was von der gehackten Schalotte und Knoblauch dazu, dass das ein bisschen mit sortiert wird. Hab hier meine fein gehackte Petersilie noch und meine Zitrone bereitgestellt. Und jetzt schwenke ich einmal durch. So, jetzt brate das nochmal schön weiter an. So, und die sind fast fertig, gell? Genau, Keller nehme ich mal zu mir rüber. Wollen wir den Test mal wagen? Bitte? Ich nehme jetzt einfach mal einen raus. Du darfst einfach mal. Aber ich glaub, die braucht noch ein bisschen. All denkte Test. Funktioniert leider nicht. Klappt nicht. Aber bissfest sind sie. Aber pass auf, guck. Jetzt machen wir hier ein bisschen Zitrone rein. Und was jetzt passiert, jetzt haben wir auch schöne Säure drin und jetzt emulgiert die Butter. Und jetzt wird das Ganze so ein bisschen schlotzig. Und genau das Schlotzige wollen wir jetzt. Und jetzt kommt in das Schlotzige, kommt jetzt noch ein bisschen Grün rein. Ein bisschen Petersilie, damit wir sie frisch haben. Dann haben wir hier richtig feines, schnelles gemachtes Pfefferlings-Ragout, was unglaublich lecker schmeckt. Jetzt warten wir, wir müssen noch auf deine Spackettini. Ich glaub, die können wir abgießen, oder? Die gießen wir ab. Die nehmen wir jetzt alle raus. Also in Schwung nehmen wir raus. Also man braucht jetzt nicht alles auf einmal. Der Rest kannst du schon mal rüberstellen, den wir gleich weiterverarbeiten, wenn wir jetzt einmal einen Schwung haben. So. Aber so. Warte schnell. Ganz wichtig. Wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen was von unserem Wasser noch dazu. Wieso machen wir das? Jetzt brauchen wir das Ganze auch noch, um es schlotzig zu machen, ein bisschen Power noch. Und jetzt kommt hier auch noch Butter dazu. Um das Ganze schlotzig zu machen. Butter ist wichtig und ist Geschmacksträger. Es wird gleich gleich sehr was passiert. Das schalten wir auch noch mit der Vollgas. Hammer. Würzen wir gleich noch mit ein bisschen Salz, um den ganzen Geschmack zu verleihen. Und jetzt pass auf, was passiert. Jetzt wird, jetzt tut noch mal ein bisschen der Fond mit der Butter sich verbinden. Jetzt wird das Ganze gleich schlotzig und dann tun wir das richtig schön schlotzig anrichten. Genau. Ich habe heute viele neue Worte kennengelernt. Zum Beispiel schlotzig. Es kommt alles vom Schwabeländler. Da sagt man immer das Wort schlotzig. Das ist doch so sympathisch, oder? Wie bei all die andere Sprache. So genau. Wie war das Baden-Württemberg? Wir kennen alles, nur nicht Hochdeutsch, oder? Stimmt. So, aber siehst. Aber jetzt seht ihr, wie schlotzig die sind, wenn man sie umschwenkt. Und das ist wirklich jetzt nur vom Butter, vom Wasser, wo wir die Spaghetti gekocht haben. Und jetzt tun wir die einfach mit einer Spindel aufdrehen und geben sie wunderschön dann auf unseren Teller drauf. Und das darf ruhige große Portion sein. So macht ihr das mit einer Pinzette. Mit einer Pinzette. Ich habe immer gefragt, wie die Starköche das macht. Wie man das macht, gell? Und jetzt tun wir das ganz vorsichtig da drauflegen. So, guck mal. Wir haben hier ein schönes Nästchen. Ich lege gerne immer solche Nästchen. Jetzt darfst du die Pilze schön oben drauflegen. Dann nimmst du ruhig zwei Hände. Also, ich meine, hinstellen, genau. Machst du mit zwei Hände, machst du noch. Das ist super. Machst du wunderbar. Das hätte ich schon oft gemacht. Das wäre sensationell. Et voilà. Aber ich würde sagen, wir machen nur, weil Pfifferlinge mag ja jeder und so drei, vier Pfifferlinge drauf. Mach vielleicht der Hannah noch ein bisschen was drauf. Oder? Perfekt. Mag doch jeder. Und vielleicht auf der anderen Seite noch. Und den Trüffel reiben wir jetzt gleich vorne drauf und dann haben wir es schon. Darf ich? Du darfst schon mal vorreiben. Genau. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Ein einfaches Pasta-Gericht, wie es euch, wie es die ganzen Mitarbeiter von der Alpina Group sich gewünscht haben. Vielen, vielen Dank beim Zuschauer und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der nächsten Gerichte. Robert, vielen Dank beim Helfer. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin gespannt, was du nachher sagst. Worte miteinander und genießt es. Und ich finde, es sieht sensationell gut aus. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ich verabschiede mich. Herzlichen Dank. Weiter geht's.